Musik 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 Und zwar, ich wollte dich nur durchspielen lassen, wenn du hier die Einleitung spielst, dann bitte hier nicht zu breitern, dann anfangen wir gut, noch einmal, dann spiel das. Musik Das ist gut, genau, noch einmal bitte. Musik 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 Nicht zu lange warten, ja. Musik 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 bob ыш Musik Musik So, das meine ich wirklich, das gibt für später auch, ja. Und das war sehr gut, es war ein bisschen da zu laut, das heißt aber eben, der Agitato ist momentan zu laut geworden. Und dieses Arpeggio, dieses kleine, nicht zu breit machen. Ich spiele nochmal von da weg, bitte. Da, da, da. Ziehst du. Da, da, da. Noch einmal. Ja, das ist wirklich anders, denken wir. Nichts zum Scheiß, aber du merkst es hier, ja. Das war hier. Ja, probieren wir gleich von, hier bent da. Ja. 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 Mach es von da weg, bitte. Dann geht's Dann geht's Dann geht's Dann geht's Dann geht's Amen. 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 Sehr gut. Wirklich ausgezeichnet. Du hast genau hier gesehen, es klingt viel besser. Sonst ist es immer so, da, 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 probiere es also ohne Pedal, so wie du es immer gemacht hast, dass nur ein Unterstück bleibt. Siehst du das? Und dann hast du so ein Block, das muss noch ein bisschen schweben und dann wechsel ich. Aber das ist immer schon ein bisschen gewesen. Würde ich unbedingt machen, nicht nur jetzt. Du kennst sie doch. Die Verbrecher und die Verbrecher und die Verbrecher mit einem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020